Moin moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Varios. Wir joinen auf den Server drauf. Wir sind gerade, äh, das Team drauf. Äh, oh, ich kann nicht schreiben. Hi! So, ähm, wir haben ein paar Dinge zu erklären, denn ihr könnt schon sehen, dass, äh, Green halt nicht dabei ist. Äh, Moment, ich hab 10 Sekunden noch. Oh nein, Moment. Moment mal. Was ist das hier? Ich glaub, wir wurden gefunden. Äh, Moin Homsen, pass mal lieber auf. Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh nein. Oh Gott. Ähm, ich muss ein bisschen erzählen. Green ist nicht da. Green ist aus dem Projekt raus. Grund ist, dass er, dass Internet zu trashig ist und er somit keine Videos hochladen kann. Und ich versuche, mich gerade, ich versuche gerade ein bisschen abzuhauen. Weil die haben mich gefunden, die haben mich, ja, äh, kann ich verstehen, dass die das machen, aber ist gerade ein bisschen blöd für mich. Ähm. Auf jeden Fall werden wir nicht mehr mit Green aufnehmen können. Wir haben aber ein bisschen jemand anders im Hintergrund. Wir können mal, äh, gut entmuten. Hallo. Ich bin gerade, ich habe richtig Angst. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Holy shit. Äh, ich baue mich gerade nach oben, damit ich, äh, nicht nur abhauen kann, sondern damit ich auch ein bisschen essen fahren kann. Wir werden nächste Folge viel leicht fighten. Mal schauen. Weil ich habe keinen Bock mehr auf das Projekt alleine. Ihr kennt das ja von mir. Oh nein. Ah, die sind mir jetzt direkt. Der ist jetzt zu Ende. Aber das ist ja anders gejoint. Der will mich, äh, klatschen. Kann ich verstehen. Aber wir versuchen natürlich auszuweichen. Ähm. Warum Green raus ist? Ähm. Einmal ist er im Internet. Der kann nämlich keine Folgen hochladen. Wir haben, ich habe den ersten Strike bekommen, wie ihr recht sehen könnt. Liegt daran, dass ich in Folge 1 und Folge 2 ein Tatch-Epack benutzt habe, dass ich in Varius 1 benutzt habe. Was aber jetzt illegal ist, weil Baum. Ja. Okay, wo bin ich? Ich bin gerade überhaupt nicht eingespielt, müsst ihr wissen. Deshalb, äh, habe ich ein bisschen Angst. Ich suche gerade eigentlich nur noch Tieren. Da ist ein Tier. Ah, das ist schon eine Kuh, eigentlich. Ne, hier sind sehr viele Kühe, das ist gut. Ich weiß nicht, ob die vorher schon waren, aber das passt. Ich hoffe nicht, dass ich gleich geklatscht werde, weil ich habe nichts. Das ist echt mies, eigentlich. Ich habe Full Iron, aber mehr habe ich nicht. Ja gut, wenn du in den Zweier-Team ankommst, dann aber... Aber gut, das ist meine dritte Folge und ich habe schon Full Iron. Seit letzter Folge, das ist, äh, schon nicht schlecht. Weißt du, ob die Letzten auch schon Full Iron sind? Ich weiß nicht, wer alles Full Iron ist. Ähm. By the way, Chris Corr ist in der Beschreibung, wir können gerne vorbeischauen, falls ihr seine Stimme unterhaltsam findet. Hi, ich bin's, der Podcast. Mit dem werde ich vielleicht auch nichts mitmachen, denn, ähm, Green wird wahrscheinlich für länger Schecht das Internet haben. Und so kann er nicht, äh, uploaden. Der kann nichts uploaden. Der kann alles aufnehmen und so, aber er kann nicht uploaden und wir können auch nicht richtig talken, wie in den letzten Folgen gesehen habt. Ähm, ich habe Angst, ich habe wirklich Angst. Und ich kann nicht mehr rennen. Äh, ich habe keinen Ofen dabei. Ich habe kein Holz, Moment. Bauen wir kurz ein bisschen Holz ab, am besten mit-sneaken. Full Iron, aber hat keine, keine Angst, let's go. Oh, jetzt mal. Oh, Mann. Also, ja, ich bin wahrscheinlich dann der Typ, der dann wahrscheinlich im nächsten Varios mitmachen wird, wenn mir dann ein bisschen helfen wird. Ähm, das wollte ich machen. Ich muss sagen, in Minecraft PvP bin ich nicht so nicht krass, aber da halt Varios mehr auf Survival, in Klammern, aufbaut am Anfang, kann ich da tatsächlich ganz gut mitmachen. Aber, naja, ne, beim Thema PvP muss ich wahrscheinlich dann einfach noch ein bisschen üben. Äh, Chris sieht aber dabei auch alles, was ich gerade sehe, oder was ihr gerade seht. Also, falls mir was passiert, kann ich sogar direkt live darauf reacten. Also, falls ihr irgendwo einen Namen siehst, ne, in der SNES-Grafik bei der Übertragung. Ich, ich schrei einfach an. Ich schrei einfach als Mikro. Ah! 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 Ich glaube, wie groß ist denn die Map in dem Spiel? Also, in dem Modus. Weil es halt, äh, die soll viel, viel größer sein als letztes Mal, letztes Waro, als ich mitgemacht habe. Deshalb ist das schon ziemlich gut. So, wir haben jetzt endlich ein bisschen Essen. Noch nicht genug, aber schon mal etwas. Ich tue mal das, das Unwichtige gerade raus. Ich habe ein bisschen Gold. Genau acht, was bedeutet, dass ich jetzt erst mal nach ein paar Äpfeln suchen werde. Also, wie gesagt, ich möchte heute erstmal ein bisschen Essen fahren und ein bisschen chillen und euch ein bisschen alles erklären. Der zweite Strike von Green kam, weil er hat zwar die erste Folge online, also er hat sich hochgeladen, hat dann aber gemerkt, dass da kein Sound war und er hat sich halt aufgeregt und das war halt die kacke Folge, ne, kann man ja verstehen. Und das Ding ist halt, er hat die Folge dann auf nicht gelistet gestellt und deshalb hat er seinen zweiten Zweig bekommen, weil die Folgen müssen online sein. Und er wird jetzt dann, er hat noch keinen Zweig bekommen, aber ich nehme trotzdem schon mal alleine auf, weil er wird den noch bekommen. Einfach, weil, oh, das ist noch ein Hase. Wo bist du denn? Da bist du. Tut mir leid. Ich habe es dir. Du kannst ja versuchen, später nochmal in den Untergrund zu gehen. Du kannst jetzt eigentlich versuchen, zu stripmiden die ganze Zeit noch. Ne, ich dachte gar nicht, ich hätte einen Namen gesehen. Ich bin Paronid, jetzt. Du kannst versuchen, zu stripmiden, ne, später. Stripmiden? Also einfach Untergrund und dann sind wir alle. Ja, ja, das wollte ich machen, aber ich wollte erstmal ganz viel Essen holen, damit ich für die restlichen Folgen versorgt bin. Das machen wir heute. Du siehst ja recht zur Zeit noch. Wenn der Mike jetzt alleine ist, weiß ich nicht, ob ich dann mitkommentieren werde. Ich weiß nicht, du musst halt den Mike. Ja, doch, du kannst gerne mehrmals mitkommentieren, wenn du Bock hast. Ja, dann bist du wenigstens nicht alleine. Du hast jemanden, der mit dir mitleidet alleine. Ich habe Angst, dass hier irgendwo gleich einer ist. Ei, ei, ei. Aber ich finde es gut, dass sie mich nicht gefunden haben jetzt. Wie viele Gäder gibt es denn bisher? Ähm, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wie viele Leute es noch gibt. Top-Spieler, siehst du ja rechts. Und, ähm. Ei, ei, ei. Krass. Die haben schon gut Kills gemacht an der Stelle. Boah, ich nehme mal die Sachen mit hier. Ähm, ich sollte ein bisschen Holz abbauen. Aber nicht mit einer Axt, das ist mir jetzt, äh, nutze ich nicht. Ich habe ein bisschen ein Stück Rüstung, aber die brauche ich halt nicht. Ich habe die halt für, ähm, Green noch gemacht. Wollte ich ihm heute geben. Ja, gut. War es da mal wieder wohl? Ähm, ich habe ja gestern nicht aufgenommen und wollte heute aufnehmen. Also ich nehme halt Euter auf. Ähm, ich kann nicht zwei aufnehmen, das haben die irgendwann rausgebracht, dass man nicht mehrmals aufnehmen darf. Wenn du einmal nicht gemacht hast, dann hast du halt einfach nicht gemacht. Ist dann wohl so. Passiert. Den ganzen Baum hier müssen. Dann bin ich zumindest ein bisschen Holz ab. Du kriegst den Baum gar nicht komplett, ja. Du musst immer einen Baum, einen Baum hoch, wenn ich gegen mich komplett. So, aber jetzt habe ich zumindest einen halben Stack Holz. Das ist schon mal gut. Ich habe auch ein paar Sticks noch, also. Also ich würde dir empfehlen, warum ein Stack Holz ist. Mach wenigstens ein Stack Holz. Also das muss jetzt so, dass nur das Mutter und draus. Ja. Obwohl du hast Kohle später, also eigentlich brauchst du nicht so viel. Aber hier sind mega viele Kühe, ist ich gerade. Ja, in dem ersten Mal lieber noch eine. Kann sein, dass Green hier sein Essen gefunden hat. Geh mir erstmal in die Richtung hier, weil das ist ja an der Border. Und in der Border fühle ich mich zwar, sollte ich mich zwar nicht sicher fühlen, aber ich fühle mich da sicher als Chitera, als in der, äh, bitte. Muss ich sagen. Das ist noch eine Kuh. Die macht gleich nicht mehr Mut. Ja, passiert. Aber ich würde dir empfehlen, aber ich weiß ja nicht, wie gesagt, ich kann halt immer nur von Survival sprechen. Ähm. Was? Habe ich jetzt Essen? Ich würde dir empfehlen, versucht einfach die nächsten Folgen zu Strippen. Also wie gesagt, am besten würde ich empfehlen, lass doch einmal, ich bin viel besser als Zulmann geworden. Das kann ich euch dann noch zeigen. Falls wir jetzt erstmal hier unten... Ich habe auch ein bisschen, äh, pvp geübt. Heißt, ich bin auch jetzt besser als letztes Mal. Gut, was war das denn gerade? Lol. Na, wie chillt ihr denn da? Wachen die da? Weiß ich nicht, ist mir egal. Komm, zack. Nice. Aber versuchst du auch Bücher zu bauen eigentlich? Äh, ja werde ich noch. Also falls ich so lange überleben werde. Es wird, Varius kommt jetzt so gut wie jeden Tag. Ihr habt ja gesehen, dass es einmal in der Körperfolge nicht kam. Also manchmal kann ich halt nicht, aber, ähm, so oft es geht, werde ich es auf jeden Fall aufnehmen. Aber wahrscheinlich nicht alleine, weil ich möchte nicht, äh, alleine aufnehmen, wenn ich sowas hier spiele. Wir haben noch sechs Minuten für heute. Das ist kacke. Aber wir rennen zumindest ein bisschen weg. Vor allem. Und das ist schon mal gut. Äh, wir haben so viel Essen, das reicht jetzt einfach. Äh, erst mal. Mann, bin ich dumm. Äh, an, an. Zack, zack. Und dann baue ich jetzt ein bisschen Holz ab, damit wir noch ein bisschen was haben. Und jetzt sogar ein Gapel, glaube ich schon, ne? Soweit ich weiß. Äh, noch habe ich kein Gapel, aber du, dass mich gerade erinnerst, dass ich ein Gapel machen wollte. Denn das waren wir jetzt. Ja, aber du hast mich jetzt schon acht Gold. Erzt, deswegen kannst du dir direkt Gold. Ich finde es kacke, dass mein Team damit schwarz ist und dich pink. Ja, vor allem der Typ blut hat dir jetzt sogar noch. Obwohl du kannst Blackpink machen. Boah. Du kannst das Blackpink. Satz sag ich nichts. Ähm. Es wurden beide mal wirklich zwölf Leute gestrikt. An einem, am ersten Tag. Wisst ihr warum? Weil sie das falsche Tech-Effect benutzt haben. Seit wann gibt es diese Regel? Seit dieser Staffel. Bis wann gibt es diese Regel? Nur diese Staffel. Ja, 100 pro. Er ist auch total bescheuert. Ich bekam, aber man hat sich extra die Arbeit, macht so ein krasses Tech-Effect dafür. Ja, ich zum Beispiel. Ja, ist einfach unfair, wenn man das Tech-Effect nicht mal mehr benutzen darf. So, wir suchen jetzt nach einem Apfel. Ich brauche nur einen. Dann habe ich nämlich Gold-Apfel, das ist sehr, sehr schön. Ja, ja. Aber ich habe mein Eisen dabei. Das ist gut. Das heißt, ich habe sehr viel Eisen. Ich habe wirklich viel Eisen dafür, dass ich in der zweiten Folge nur Eisenquamp habe. Hm. Ich kriege nur Sitzlinge in das Blöd. Dann gibt man einen normalen Apfel. Dann mache ich einen goldenen Apfel. Dann wäre es gut. Können die Bäume eigentlich Äpfel droppen? Ich weiß es nicht. Man muss halt das Gras abbauen. Da oben diese Beschuss. Ich wusste jetzt, dass das alle Bäume könnte ich da. Warte, wenn wir rausgekriegt haben, ist er erst mal. Ich finde das echt kacke, dass man eine 15 Minuten hat. Oh, wie viele sind da? Da hol ich mich noch gleich hin. Wie lange hast du noch? Siehst du noch rechts? Noch vier, fünf, vier Minuten. Achso. Und wenn du droppst, alles runter. Hast du eigentlich eine Maximalzahl, die du haben darfst? Eine Aufnahme, bist du hochgelädst? Was meinst du? Hast du eigentlich eine Maximalzahl, die du haben darfst? Bist du also... Äh, ich muss alles. Ich kann heute nur eine Folge aufnehmen. Achso. Und ich darf dann erst die nächste Folge aufnehmen, wenn ich es hochgeladen habe. Aber die Server sind nur von 18 bis 22 online. Hm. Das ist das Blöde, dass man erst so spät aufnehmen kann. Ich würde halt wirklich gerne an einem Tag alles aufnehmen, so, weißt du? Aber gut, das wäre zu krass. Ähm, aber deshalb meinte ich, dass man vielleicht die Zeit erhöht auf 20 Minuten oder so, weil das 15 Minuten ist nichts. Und gut, es ist Tradition mit 15 Minuten, aber komm, das ist doch eh ein Fake Wario, äh, Wario, Wario. Fake Wario. Deshalb kann man doch einfach seine eigenen Regeln machen. Ja, vor allem 20 Minuten. Das sind zwar nur 5 Minuten, aber das kann einiges bedeuten. Vielleicht macht man gerade Strip-Mining und kriegt da noch ein Dia oder so. Ja, genau. Passiert. Weil ich denke mal, wir werden sogar, wenn wir zusammen Wario machen, denke ich mal, werde ich, ich weiß, ich glaube, sowas genau machen, aber wenn wir zusammen Wario dann machen werden, äh, würde ich sagen, wir machen aus den Parts, wo wir strippen, einfach Themenprojekte. Ja, ja, mach mal. Ähm, und Leute, wir haben nicht, ich habe nichts gegen Green, falls ihr jetzt denkt, weil ich ja gesagt habe, ich mache das nächste Mal wahrscheinlich mit Chris. Ähm, alles gut. Ich habe keinen Strip mit Green oder so, es ist halt nur blöd, dass wir nichts machen können miteinander, weil sein Internet am Arsch ist. Aber soweit es wieder geht, könnten wir ja gerne wieder ein Team werden. Also lass auf jeden Fall Liebe da. Küsschen aufs Nüsschen. Äh, das ist echt, ja, wieso kriegst du jetzt ja keinen Apfel? Es ist, Junge, das hat eine 1 zu 100 Chance. Echt? Ja. Ich habe nur noch drei Minuten, das ist kacke. Aber ich werde wahrscheinlich nicht gefunden von dem Typen. Damn. Das, das würde mich jetzt wundern, wenn er mich jetzt noch combat lockt. Oh, hi, hi. Der City Crafter 01 aus dem Team Sujuk und andere aus Uumu. Ich weiß nicht, wie Leute auf ihre Namen kommen manchmal, ne? Ähm. Ja, ich brauche kein Eis. Ich würde raten, halt das Eisen. Ich glaube, du hast nicht mehr so viel, oder? Du hast noch zwei Minuten, ich glaube, du hast es hinbekommen. Skeppel lieber. Ja. Weil, wenn du einen Goldapfel hast, dann hast du vielleicht den Vorteil, dass du am Ende, wenn ich jemanden angreifen soll, dass du nicht noch einen Goldapfel hast. Ähm. Ich versuche auch mehr Zeit, nochmal weiter nach dem Apfel zu gucken. Vielleicht schaffst du es ja jetzt auch am Ende des Parts noch einen Goldapfel zu gucken. Das wäre gut, ja. Ähm. Ich bin unbedingt, was ich mache. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche, äh, nächste Woche. Nächste, nächste Folge. Nächste Folge werde ich dann Strippen eingehen. Oder ich werde kämpfen, je nachdem, wie es, äh, sich verläuft. Also, eins zum beiden. Und Chris wird dann eventuell auch wieder dabei sein. Mal schauen. Ja. Hundertprozentig. Also, von mir aus gesehen gerne. Ja, von mir aus auch gesehen gerne. Nur, ich weiß halt nicht, wenn ich einen Fight mache, ähm, weil ich habe Nobodies gefragt. Ich war mit dem Talk, habe mit ihm über diese Situation geredet. Ähm. Oh, Aua. Und, äh, ich werde vielleicht mit ihm kämpfen morgen. Aber muss ich mal schauen. Also, morgen ist dann für euch heute, dass ich heute nochmal aufnehme. Ach, äh, jetzt wo ich aufnehme, heute 26. Da ist heute Minecraft Dungeons rausgekommen. Question of the Day. Äh, wollt ihr das holen? Wie findet ihr es? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also, ich habe noch viel mal noch vor, das zu holen. Aber ab momentan nicht so viel Geld, deshalb warte ich dann noch. Ja, aber es ist auch einfach ein geiles Game. Also, ich finde die Idee halt super. Es ist halt wie Diablo so. Vom Gameplay her, das finde ich das mega geil. Diablo x Minecraft. Ja, das ist echt geil. Ich habe auch eine Minute gestellt. Okay, geh lieber zum, geh zum Ofen und hol dir das Gold. Sonst ist das näher weg. Wo ist mein Ofen? Ah, ah, da. Gib mir den Ofen, wie das ist mein Ofen. Property of Mike Beeser Sam. Dann baue ich lieber einen, oder? So, ich hier rein? Ja, baue ich am besten ein, oder? Ja. Ich gehe irgendein Loch rein. Höhöh. Wird noch gesagt. Hier oder so. Äh, ja, passt. Ja, passt auf wie klar war, ne? Mach lieber zwei. Und dann mache ich mir kurz eine Fackel, damit ihr was seht, Leute. Jetzt, äh, letzten beiden Sekunden. Oh, ich sage, ne, 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 ich wollte gerade sagen. Lieber nicht. Jemand, sonst kommt gleich Minecraft um die Ecke und denkt sich so, Wuii. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Pussy-Wertung da. Und ich hoffe, ihr freut euch schon auch das nächste Mal. Lasst, äh, Liebe raus an Green. Uff. Und dann da ist ne Höhle. Und das war's. Haut rein. Tschau. I don't know. Tschau.